Die Kinder spielen am Strand. Die Kinder verfolgen die Schmetterlinge. Die Kinder verfolgen die Schmetterlinge. Das Feld ist voller Weizen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Fluss glitzert in der Sonne. Der Fluss glitzert in der Sonne. Die Kinder spielen fröhlich im Park, während die Sonne langsam untergeht. Du hast dir mehr auf den Teller gemacht, als du essen kannst. Du hast dir mehr auf den Teller gemacht, als du essen kannst. Nein, ich werde alles aufessen. Nein, ich werde alles aufessen. Guck, ich habe es dir gesagt. Du kannst nicht alles schaffen. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Balancieren ist echt nicht einfach. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Bist du hungrig? Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich habe mich fertig angezogen. Wann machst du die Arbeit fertig? Wann machst du die Arbeit fertig? Ich mache die Arbeit fertig? Ich mache die Arbeit fertig, sobald ich kann. Mama, da ist ein Superheld. 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 Die Qualität ist sehr gut. Das wird gut bei den Kunden ankommen. Die Qualität ist sehr gut. Das wird gut bei den Kunden ankommen. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf vor zwölf. Alex flirtet mit Laura. Wollen wir shoppen gehen? Wollen wir shoppen gehen? Nein, am Wochenende habe ich schon 200 Euro für Klamotten ausgegeben. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Meine Freunde sind im Fernsehen. Ich habe alle drei getroffen. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Nach langem überlegen entschied sie sich für den blauen Pullover statt des rote. Nach langem überlegen entschied sie sich für den blauen Pullover statt des rote. Gestern habe ich deine Frau im Supermarkt gesehen. Ja, sie war gestern Milch holen. Ich bin sehr tollpötschig. Ich bin sehr tollpötschig. Doch, sie war gestern Venezien. Das Buch liegt auf dem Tisch neben der Tasse. Das Buch liegt auf dem Tisch neben der Tasse. Die Vögel zwitschern fröhlich im Baum. Die Vögel zwitschern fröhlich im Baum. Hallo! Hast du heute Zeit? Hallo! Hast du heute Zeit? Hallo! Nein, leider habe ich heute keine Zeit. Warum denn? Ich fahre mit meiner Sekretärin zu einer wichtigen Besprechung. Die Flughiffen sind in den Sommerferien sehr voll. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Die ganze Küche muss sich beeilen, denn wir kochen ein ganzes Buffet. Das Restaurant ist riesengroß. Das Restaurant ist riesengroß. Ich liebe indisches Essen. Ich liebe indisches Essen. Wir wünschen uns etwas am Springbrunnen. Wir wünschen uns etwas am Springbrunnen. Die Erde wird von Außerirdischen angegriffen. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Der Satellit empfängt Strahlen und sendet sie zurück an einen anderen Ort. Im Raumschiff herrscht Schwerelosigkeit. Im Raumschiff herrscht Schwerelosigkeit. Das Seil reißt. Ich will nicht sterben. Ich überprüfe, ob alle Maschinen noch funktionieren. Ich überprüfe, ob alle Maschinen noch funktionieren. Die Arbeit ist jetzt viel einfacher, weil fast alles automatisiert wurde. Das ist das Auto, das Sachen aus anderen Ländern liefert. Das ist das Auto, das Sachen aus anderen Ländern liefert. Der LKW hat noch einen extra Anhänger dran. Der LKW hat noch einen extra Anhänger dran. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Das ist unser Weg zum Schloss. Das ist unser Weg zum Schloss. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer diesen Trank trinkt, wird direkt geheilt. Wer diesen Trank trinkt, wird direkt geheilt. Ich bin zum ersten Mal im Theater. 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 Das Auto fuhr schnell vorbei. Das Auto fuhr schnell vorbei. Obwohl ich Schuld habe, hat er die Schuld auf sich genommen. Meine Hände und Füße sind eingefroren. Das Baby versuchte zu sprechen, aber es klappte leider nicht. Das Baby versuchte zu sprechen, aber es klappte leider nicht. Jemand hat die Schule angezündet, deswegen haben die Schüler Online-Unterricht. Du kennst doch das Kinderlied von der alten Dame, die in einem Schuh lebte. Ja, dass Mama uns immer nach dem Essen angemacht hat. Blumen wurden auf das Grab gelegt. Das Auto parkte vor dem Haus. Das Auto parkte vor dem Haus. Die Kinder lachen fröhlich. Die Kinder lachen fröhlich. Der Mond leuchtet hell am nächtlichen Himmel. Der Mond leuchtet hell am nächtlichen Himmel. Der Sonnenuntergang taucht den Himmel in ein warmes Orange. Der Sonnenuntergang taucht den Himmel in ein warmes Orange. Sie lächelte, als sie die Überraschung sah. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, feierte er jetzt mit seinen Freunden. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Dem Mann ist es so warm in der Wüste, dass er anfängt, eine Fata Morgana zu sehen. Es ist strengstens verboten, etwas im Museum anzufassen. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Die Kinder spielen am Strand. Die Kinder verfolgen die Schmetterlinge. Die Kinder verfolgen die Schmetterlinge. Das Feld ist voller Weizen. Das Feld ist voller Weizen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Fluss glitzert in der Sonne. Die Kinder spielen fröhlich im Park, während die Sonne langsam untergeht. Du hast dir mehr auf den Teller gemacht, als du essen kannst. Nein, ich werde alles aufessen. Nein, ich werde alles aufessen. Guck, ich habe es dir gesagt, du kannst nicht alles schaffen. Guck, ich habe es dir gesagt, du kannst nicht alles schaffen. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Balancieren ist echt nicht einfach. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Bist du hungrig? Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich habe mich fertig angezogen. Ich habe mich fertig angezogen. Wann machst du die Arbeit fertig? Wann machst du die Arbeit fertig? Ich mache die Arbeit fertig? Ich mache die Arbeit fertig, sobald ich kann. Mama, da ist ein Superheld. Mama, da ist ein Superheld. Die Qualität ist sehr gut, das wird gut bei den Kunden ankommen. Die Qualität ist sehr gut, das wird gut bei den Kunden ankommen. Wie viel Uhr ist das? Es ist fünf vor zwölf. Alex flirtet mit Laura. Wollen wir shoppen gehen? Nein, am Wochenende habe ich schon 200 Euro für Klamotten ausgegeben. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Meine Freunde sind im Fernsehen. Ich habe alle 3 getroffen. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Nach langem überlegen entschied sie sich für den blauen Pullover statt des rote. Nach langem überlegen entschied sie sich für den blauen Pullover statt des rote. Gestern habe ich deine Frau im Supermarkt gesehen. Gestern habe ich deine Frau im Supermarkt gesehen. Ja, sie war gestern Milch holen. Ja, sie war gestern Milch holen. Ich bin sehr tollpötschig. Ich bin sehr tollpötschig. Ich bin sehr tollpötschig. Die Vögel zwitschern fröhlich im Baum. Die Vögel zwitschern fröhlich im Baum. Hallo, hast du heute Zeit? Hallo, hast du heute Zeit? Hallo, nein, leider habe ich heute keine Zeit. Warum denn? Ich fahre mit meiner Sekretärin zu einer wichtigen Besprechung. Ich fahre mit meiner Sekretärin zu einer wichtigen Besprechung. Die Flughiffen sind in den Sommerferien sehr voll. Die Flughiffen sind in den Sommerferien sehr voll. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Die ganze Küche muss sich beeilen, denn wir kochen ein ganzes Buffet. Die ganze Küche muss sich beeilen, denn wir kochen ein ganzes Buffet. Das Restaurant ist riesengroß. Das Restaurant ist riesengroß. Ich liebe indisches Essen. Ich liebe indisches Essen. Wir wünschen uns etwas am Springbrunnen. Wir wünschen uns etwas am Springbrunnen. Die Erde wird von Außerirdischen angegriffen. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Der Satellit empfängt Strahlen und sendet sie zurück an einen anderen Ort. Im Raumschiff herrscht Schwerelosigkeit. Im Raumschiff herrscht Schwerelosigkeit. Das Seil reißt. Ich will nicht sterben. Ich überprüfe, ob alle Maschinen noch funktionieren. Ich überprüfe, ob alle Maschinen noch funktionieren. Die Arbeit ist jetzt viel einfacher, weil fast alles automatisiert wurde. Das ist das Auto, das Sachen aus anderen Ländern liefert. Das ist das Auto, das Sachen aus anderen Ländern liefert. Der LKW hat noch einen extra Anhänger dran. Der LKW hat noch einen extra Anhänger dran. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Das ist unser Weg zum Schloss. Das ist unser Weg zum Schloss. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer diesen Trank trinkt, wird direkt geheilt. Ich bin zum ersten Mal im Theater. Ich bin zum ersten Mal im Theater. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Das Auto fuhr schnell vorbei. Das Auto fuhr schnell vorbei. Obwohl ich Schuld habe, hat er die Schuld auf sich genommen. Meine Hände und Füße sind eingefroren. Meine Hände und Füße sind eingefroren. Das Baby versuchte zu sprechen, aber es klappte leider nicht. Jemand hat die Schule angezündet. Deswegen haben die Schüler Online-Unterricht. Jemand hat die Schule angezündet. Deswegen haben die Schüler Online-Unterricht. Du kennst doch das Kinderlied von der alten Dame, die in einem Schuh lebte. Du kennst doch das Kinderlied von der alten Dame, die in einem Schuh lebte. Ja, dass Mama uns immer nach dem Essen angemacht hat. Blumen wurden auf das Grab gelegt. Blumen wurden auf das Grab gelegt. Das Auto parkte vor dem Haus. Das Auto parkte vor dem Haus. Die Kinder lachen fröhlich. Die Kinder lachen fröhlich. Der Mond leuchtet hell am nächtlichen Himmel. Der Sonnenuntergang taucht den Himmel in ein warmes Orange. Sie lächelte, als sie die Überraschung sah. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, feierte er jetzt mit seinen Freunden. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Dem Mann ist es so warm in der Wüste, dass er anfängt, eine Fata Morgana zu sehen. Dem Mann ist es so warm in der Wüste, dass er anfängt, eine Fata Morgana zu sehen. Es ist strengstens verboten, etwas im Museum anzufassen. Es ist strengstens verboten, etwas im Museum anzufassen. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken! Die Kinder spielen am Strand. Die Kinder verfolgen die Schmetterlinge. Das Feld ist voller Weizen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Kaffee duftet verführerisch am Morgen. Der Fluss glitzert in der Sonne. Der Fluss glitzert in der Sonne. Die Kinder spielen fröhlich im Park, während die Sonne langsam untergeht. Die Kinder spielen fröhlich im Park, während die Sonne langsam untergeht. Du hast dir mehr auf den Teller gemacht, als du essen kannst. Du hast dir mehr auf den Teller gemacht, als du essen kannst. Nein, ich werde alles aufessen. Nein, ich werde alles aufessen. Guck, ich habe es dir gesagt. Du kannst nicht alles schaffen. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Meine Firma hat mich überrascht, weil ich die Firma verlasse. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Nein, ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich habe mich fertig angezogen. Wann machst du die Arbeit fertig? Wann machst du die Arbeit fertig? Ich mache die Arbeit fertig, sobald ich kann. Ich mache die Arbeit fertig, sobald ich kann. Mama, da ist ein Superheld. Mama, da ist ein Superheld. Was ist dein Superheld? Die Qualität ist sehr gut, das wird gut bei den Kunden ankommen. Wie viel Uhr ist es? Es ist fünf vor zwölf. Es ist fünf vor zwölf. Alex flirtet mit Laura. Wollen wir shoppen gehen? Wollen wir shoppen gehen? Nein, am Wochenende habe ich schon 200 Euro für Klamotten ausgegeben. Ich stehe um sieben Uhr auf. Ich stehe um sieben Uhr auf. Meine Freunde sind im Fernsehen. Ich habe alle drei getroffen. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Ich lasse meinen Mitarbeitern freie Hand. Nach langem überlegen entschied sie sich für den blauen Pullover statt des rote. Gestern habe ich deine Frau im Supermarkt gesehen. Gestern habe ich deine Frau im Supermarkt gesehen. Ja, sie war gestern Milch holen. Ich bin sehr tollpötschig. Ich bin sehr tollpötschig. Das Buch liegt auf dem Tisch neben der Tasse. Die Vögel zwitschern fröhlich im Baum. Hallo, hast du heute Zeit? Hallo, hast du heute Zeit? Hallo, nein, leider habe ich heute keine Zeit. Warum denn? Ich fahre mit meiner Sekretärin zu einer wichtigen Besprechung. Ich fahre mit meiner Sekretärin zu einer wichtigen Besprechung. Die Flughiffen sind in den Sommerferien sehr voll. Die Flughiffen sind in den Sommerferien sehr voll. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Die ganze Küche muss sich beeilen, denn wir kochen ein ganzes Buffet. Ich koche heute Spaghetti mit Tomatensauce. Das Restaurant ist riesengroß. Das Restaurant ist riesengroß. Ich liebe indisches Essen. Ich liebe indisches Essen. Wir wünschen uns etwas am Springbrunnen. Die Erde wird von Außerirdischen angegriffen. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Ich kann die Erde vom Raumschiff aus beobachten. Der Satellit empfängt Strahlen und sendet sie zurück an einen anderen Ort. Im Raumschiff herrscht Schwerelosigkeit. Das Seil reißt. Ich will nicht sterben. Ich überprüfe, ob alle Maschinen noch funktionieren. Die Arbeit ist jetzt viel einfacher, weil fast alles automatisiert wurde. Das ist das Auto, das Sachen aus anderen Ländern liefert. Der LKW hat noch einen extra Anhänger dran. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Meine Arbeit ist sehr einfach, aber langweilig. Das ist unser Weg zum Schloss. Das ist unser Weg zum Schloss. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer dieses Schwert zieht, ist der neue König. Wer diesen Trank trinkt, wird direkt geheilt. Wer diesen Trank trinkt, wird direkt geheilt. Ich bin zum ersten Mal im Theater. Ich bin zum ersten Mal im Theater. Ich bin der Erste. Das Auto fuhr schnell vorbei. Das Auto fuhr schnell vorbei. Obwohl ich Schuld habe, hat er die Schuld auf sich genommen. Meine Hände und Füße sind eingefroren. Das Baby versuchte zu sprechen, aber es klappte leider nicht. Das Baby versuchte zu sprechen, aber es klappte leider nicht. Jemand hat die Schule angezündet. Jemand hat die Schule angezündet. Deswegen haben die Schüler Online-Unterricht. Jemand hat die Schule angezündet. Deswegen haben die Schüler Online-Unterricht. Du kennst doch das Kinderlied von der alten Dame, die in einem Schuh lebte. Du kennst doch das Kinderlied von der alten Dame, die in einem Schuh lebte. Ja, dass Mama uns immer nach dem Essen angemacht hat. Blumen wurden auf das Grab gelegt. Blumen wurden auf das Grab gelegt. Das Auto parkte vor dem Haus. Das Auto parkte vor dem Haus. Die Kinder lachen fröhlich. Die Kinder lachen fröhlich. Der Mond leuchtet hell am nächtlichen Himmel. Der Sonnenuntergang taucht den Himmel in ein warmes Orange. Sie lächelte, als sie die Überraschung sah. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, feierte er jetzt mit seinen Freunden. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Der Mann muss alles streng kontrollieren. Dem Mann ist es so warm in der Wüste, dass er anfängt, eine Fata Morgana zu sehen. Dem Mann ist es so warm in der Wüste, dass er anfängt, eine Fata Morgana zu sehen. Es ist strengstens verboten, etwas im Museum anzufassen. Es ist strengstens verboten, etwas im Museum anzufassen. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Verbrecher wird von der Polizei verfolgt. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Der Produzent nimmt das Lied auf und verbessert es am Computer. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie für weitere Deutsch-Lern-Videos. Viel Erfolg beim Lernen! Abonnieren Sie für Deutsch-Lern-Videos. Gut luck with your learning!